na zaun ist jetzt da und drückt auf den knopf sonst ist hier so wie es aussieht niemand der ihn davon abhalten kann so ist das wenn alle zu spät zum finale kommen da haben wir den nächsten schnellen gewinner herzlichen glückwunsch an der zaun das ist das ging jetzt heute hätte ich den juki gehabt ich hätte definitiv nicht gelevelled ich habe noch nicht kann nur einer gewählt alles gut Nichts passiert. Alter. Ja, guck mal. Die Person, die sich halt auf dich fokussiert hat, hätte sich mal lieber auf was anderes fokussieren sollen. Ja, das ist ja ruhig, glaube ich. Komm, geh weg, ey. Ich würd' dich nicht sehen. Ich würd' dich nicht sehen. Vielleicht noch ne Runde, fragt jemand. Das ist schlecht. Also, wenn... Ne, ne, ich will... Ich sag da jetzt nix dazu. Also, da müssen wir erstmal beratschlagen. Das ist das Ideal, sozusagen. Aber vielleicht werden wir jetzt auch Feierabend machen. Mhm. Aber ich bin emotional gerade. Kleines Wrack. Schade. Geiles. Also, wie gesagt, ey, ohne Scheiß. Da hätt' ich mich noch mehr geärgert. Hätt' ich den Juki gehabt, ich hätt' ihn noch gereveilt. Und dann wär' das jetzt vorbei gewesen. Ich hätt' mich noch mehr geärgert, aber über mich selbst, so konnte ich mich über den Typen aufregen. Und da ist alles gut. Alles in Ordnung. Ja, ich hätt' ja viel Bock noch auf ne zweite Runde, aber ich bin noch grad... Ich bin noch grad... Ich... Das ist schon anstrengend. Ich will keinen Sinn mehr. Ja, eigentlich reichen auch drei Minuten. Nein. Das Problem ist, ich hab' den... Ich hab' den... Das Problem ist, ich hab' den Typen nicht weggelockt. Ich bin noch mal an, ne? Für den zweiten Gewinner. Ich bin noch mal unten. Okay, schnell. Tschüss, tschüss. Ja, Lutz jetzt. Egal, wenigstens sagt der Hallo. Egal, wenigstens sagt der Lutz Hallo. Sehr schön. Ich bin rausgeflogen. Wieso? Große PvP-Projekte machen keinen Sinn zum Stream, aber Agur Trainer macht Sinn zum Stream. Äh... Das war jetzt wirklich ein Extrem... So... Ein Extrem gewesen. Normal geht das ganz gut mit drei Minuten Delay. Ich... Ich glaube, ich hätte das auch... Ich hätte da auch drum herum spielen können. Das ist okay gewesen, ja. Jetzt gehen wir als Backtailer. So. Äh... Jetzt haben wir hier das zweite Finale quasi. Und gucken mal, wer der zweite Gewinner ist. So, wer den zweiten Platz macht. Und der Dodo Rex Ender X ist noch hier. Auch Level 100. Krass. War noch geschafft. Das Set Get. Wir hätten mit gekämpft. Sind außerhalb der Arena. Ja. So... Gaga schießt auf NRX. Was? Was ist denn das Spiel noch hier? 265R96. Naja. Oh. Ist hier los. Da sitzt keiner drauf. Okay. So. Noah versucht zu drücken. Und Noah ist weg. icide movies schon mal raus. Warten kennt sichhin... Daству ist die Leute ansehen. Aber dann möchte ich ihn durch. Und dann kraumen kommen. wir lassen den hier. Wir nouvelles Module. es geht gegen hanse henni gaga und dann haben wir hier noch ein wenig ist auch noch dabei aber sein kollege ist tot hier dann nur er hatte gedrückt und wurde dann von hanse henni aufgefressen kakao mich ist auch noch dabei doppelt hier wo gewinnt oder auch nicht das ist aus dem augenregel gefilmt und herzlich willkommen serious cat schön dass du dabei bist ich versuche gerade mal runter zu fahren aber sie hätte ja auch so einen für einen dominus reizt haben das kann ich mir gut vorstellen dass er das ist oh es drückt der apfel drückt aufgehört oder kommt der judy eigentlich wollen den server jetzt runterfahren für die zweite runde aber aber ich war noch rechtzeitig da da klappt das doch es klappt doch 20 sekunden müssen auch schon nix vorbei sein jetzt was macht er denn da wird geniert ja den zweiten platz krass gut gut 20 sekunden kann ganz schön lang sein 13 minuten hat es gedauert den zweiten platz krass na gut so denn vielen dank fürs zuschauen dass ein daumen damit es euch gefallen hat und dann sehen wir uns gleich oder später oder wie auch immer in der nächsten dafür wieder die jetzt hier für mich gleich sofort startet ok ciao jo か